Dieser Samen? Spannend, spannend. Convusion. Heule. Convusion. Die Atrageste, objektiv und nicht Level 24, verdammt. So, mal sehen. Ah. Super. Level 22, oh, wie hoch? Warum? Endlich. So, wo ist hier die Treppe? Was, der nächste Gegner? Na gut. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Das heißt, schon mal erst ein Vogelfänger. Ne, doch nicht. Das ist wieder ein Pokem... äh, Pokemanic. Ne, Pokemanic. Maniac, so jetzt. Du Wander. Da. Oh, jetzt setze ich mal schon Hypnose ein. Mist, die Phase rein. Soll ich meine Schwache attacke? Hypnose. Sc tabern. Klick tief und fest. Konvusion. Oh! Oh, Scheiße. Egal, der ist auch so gut wie tot Konvusion Tot Tragosso, oh nein Hypnose, das hat keine Wuppe, oh scheiße Das war's, Traumato Und das nächste Pokémon nennt sich... Mal sehen... Pikachu oder... Mankey Pikachu natürlich Slam Knopfenkeule, oh scheiße Ja, war klar, dass das keine Wuppe war, sonst scheiße Tatsache, naaa, sieht nicht so gut aus Jetzt hab ich nur noch Mankey Ah, ist ausgeglichen Karate Schlag K.O. Noch knapp So, jetzt muss ich schnell den Ausgang bringen Wo ich bin da erst gerade reingegangen Aber... Das Trainer hier macht mich schon Körper Ein Machschon Machalo Ne, 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 den will ich nicht haben Das ist ein Scheiß-Pokémon So, wo ist jetzt hier die Treppe? Es geht weiter Taga Wahrscheinlich gleich wieder... Ach, da ist er schon Mein Pokémon Mein Pokémon Wird dich das fürchten her Oh oh Das ist ein Bandara Bei einem Pokémon Das ist ein Kleinstell Okay Wenn ich hier einfach einen Fuß kriege und dann war's da schon fast Na gut, fast hab ich ja gesagt Steinbruch Boah, schwach Obwohl hat doch ziemlich viel abgezogen Obwohl es nicht sehr effektiv ist Egal, der ist K.O. Und ich bin wahrscheinlich jetzt 26 Immer noch nicht Scheiße Ah Ah Ein Onix Boah, geile Geiles Pokémon, ey Da ist jetzt nicht mal Fußgegangen Und... Schon tot Ah, der Ausgang Aufmerksam So Jetzt fang ich Geh mal links lang Ja Das ist hier Aus dem Trainer wahrscheinlich Ich hoffe, hier geht's weiter Wäre vielleicht nicht schlecht als Kapitze Aber... na Das ist eine andere Sache Du bist entkommen Will ich auch hoffen So, was ist jetzt los, hä? Ist nichts Eieiei Ein Kleinstein Level 18 Was ist hier? Ah, da ist die Treppe Ein Möchtegern Bedou Sollte etwas mehr Respekt zeigen Ich bin doch mein Möchtegern Mensch Ach, diese Wanderer Die sind so einfach Kleinstein Er hat mich 25, 21 Scheiße, das könnte knapp werden Fußke Passt Ist ausgewichen Geil Jetzt muss es aber wirklich mal Level 26 erreichen Komm schon Jawoll Level 26 Vielleicht verwandelt er sich jetzt Georock Oh, das erste Mal ein Schreck Bei Gegner Ich tackle Da hälfte auch noch Tackle ein Das ist schlecht So, und der hier ist auch besiegt Es gibt... Boah, 603 EP Boah, scheiße ist das viel Oh, oh, oh.. aram Und ansehen Nooo Hm, ansehen Hallo Ah, Gegner. Pandaren nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Im Dunkel zieht Bandelsweiger aber auch nicht. Nee, ist ein Pfadwetter. Ah, Fußgeke sehr vertief. Das gegen alles irgendwie, hab ich das Gefühl. Schon besiegt. Ja, ich hab mir grad auf die Lippe gebissen. Oh, ich hab mir die Flut. Oh, besiegt. Gut. Ach, scheiße, ich hab noch 24. Das ist ja wenig. So, Schaufler. Und Feuer. Jawohl, Schaufler ist gut. Und dein nächster Gegner wartet schon. Kannst du mich besiegen? Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe es. Er hat drei Pokémon, Kleinstein, Hölpel, 1,20. So langsam wird es knapp. Gegner werden immer stärker. Es ist... Ich gerade beruhigend. Finale! Oh ne, komm schon. Fuck. Ich war am Ende. Am Ende. Maha. Das ist doch bescheuert, sowas, oder nicht? Das kann es doch nicht sein. Ich war am Ende. Maha. Alles von vorne. Scheiße, dann kommt da noch ein Zug, warte. Ich hab echt Pech. Und dann auch noch 21. Ich glaub nicht, dass ich fliegen kann. Hm. Wissen. Konfu-Strahl ist nicht schlimm, wenn er jetzt flüchten kann. Na, scheiße. Schon wieder? Gut. Ich hörst das Brücken im Abach. Jetzt kann ich flüchten. Oh, oh, oh. Jetzt geht's auch ein bisschen schneller, weil die Trainer schon besiegt wurden. Und da ist eigentlich Kleinstein, Hölpel. 17. 17. Uh, Tickle. Das fühlt sich irgendwie bescheuert an, aber was ist das sowas von effektiv? Das ist sowas von unglaublich. Level 12. Geht doch. Der will, glaub ich, auch sogar Blubber erreichen. Der nächste Gegner ist Kleinstein. Level 17 wieder. Flugschrecher kommt dann. Kein Geil. Was ist das?